Ja, ich bin Andreas Ernst, ich bin der Geschäftsführer der Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft. Wir sind ein kommunales Unternehmen, was zu 100% dem Landkreis Oberhavel gehört. Ich habe noch nie mit einer so großen Bandbreite an Aufgaben es zu tun gehabt, hatte noch nie eine so große Möglichkeit, selbst gestaltend tätig zu sein. Bei uns steht die Gemeinwohlorientierung an allererster Stelle. Wir sind Dienstleister in vielfältigen Bereichen für die Bürgerinnen und Bürger. Ob das der ÖPNV ist, ob das die Versorgung mit Breitband ist, ob das die Unterhaltung der Kreisstraßen ist. Die Kollegen sind genauso vielfältig wie der Querschnitt unserer kommunalen Aufgaben. Das könnte gar nicht spannender und abwechslungsreicher für mich als Geschäftsführer sein.